Willkommen zurück. Mal gucken, ob wir diesen Auftrag überhaupt doch noch machen können. Haben sie es überlegt? Nö, jetzt bietet er uns das nicht mehr an, aber scheiß drauf. Wir sind ja schließlich kein Killer. Weil das wahrscheinlich Ansichtssache ist, ob wir das wirklich nicht sind oder doch sind. Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Da haben wir schon alles uns gekümmert. Vielleicht hätten wir doch den Auftrag annehmen sollen. Aber jetzt ist es auch egal. Schnell da hoch. Da sieht uns niemand. Der Hals da ist. Okay, da kommt einer. Vielleicht können wir uns um den ja liebevoll kümmern. Äh? Hallo? Nein, der kommt hier nicht rüber. Der wollte doch einen Kopf haben. Vielleicht können wir den ja hier bringen. Der wird sich freuen, ey. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Sorry. Hab nicht ganz getroffen. Ja, ich mache gerade Unsinn. Na, da hat er seinen Kopf. Den kann er sich anschauen. Das sollte er sich nicht fragen. Er sollte froh sein, dass er gesund ist. Okay. Sobald er sich umdreht. Im Gegensatz zu dem bin ich nett und werde den hier nicht sterben lassen. Quasi. Weil auch wer immer hier rumliegt, es kommen irgendwann früher oder später kommen Ratten vorbei. Und nagen die alles weg. Deswegen, weil Ratten ja zumindest nicht so klettern können. Äh, hallo? Upsala. Das wollte ich nicht. So, mein Freund. Du kommst sicherheitshalber mal hier nach oben. Krasser Scheiß. Und jetzt gehen wir erstmal zur Nähfabrik. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sie uns dann angreifen werden. Na, immer noch Schlüssel benötigt. Bevor wir zum Flussufer gehen, gehen wir zur Nähfabrik. Da müssen wir nämlich auch noch mit irgendwem reden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also nächster halt Nähfabrik. Hallo ihr zwei. Die haben einen Blitzpfeiler. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. So. Schauen wir mal. Betäubungsbolz zwei Stück. Sehr gut. Die nächsten zwei Gegner auf jeden Fall. Mann. Na. Rauf aufs Dach. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Ein Piero Gesundheitserwissier. Siehst du das Geld? Das Geld hätte ich jetzt eigentlich schon wieder übersehen. Da ist noch eine Rune. Die werden wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Alles aber zu seiner Zeit. Hier scheint erstmal niemand zu sein. Deswegen kommen wir hier relativ gut hin. Okay. Okay. Was war das? Das Zeug alle? Der hat da ist. So. Ich glaube ich werde die mit den Betäubungsbolzen ausschalten. Ist vielleicht einfacher. Weil ich sonst schlecht das Zeug hier ausmachen kann. Und vor allem hier komme ich dann schlecht weiter. Die haben sich hier ein schönes Viertel gesucht. Dieses Handelsviertel hier. Die ganzen kleinen Läden hier. Oh, da oben ist noch... Da oben ist noch was. Aber jetzt laufen die beide hier zusammen rum. Ob das bleibt nicht so... ... dass der Typ da hinläuft. Wir sollten mit der Fabrik weitermachen. Die Leichentücher bringen eine Menge Geld. So viel Beute und wir sitzen nur rum. Das passt nicht zu den Mutmachern. Okay. Na, mach doch mal. Einer soll mal da hinlaufen. Oder hier runter. Oder irgendwo hin, wo ich ihn abschießen kann. Weil wir runtergefallen sind. Ärgerlich. 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 Jetzt ist natürlich die Frage, wo es gespeichert ist. Ich glaube, dass es da nicht nochmal oben gespeichert ist. Eigentlich hatten wir so die Überhand von dem Ganzen. Und dann haben wir uns dasselbe kaputt gemacht. Toll. Auf ein Neues. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Erfolg. Dann holen wir uns vielleicht mal... ... das Kupferdreht. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier hoch können. Scheinbar schon. So. Jedes. Draper's Ward ist seit der Seuche eine Goldgrube. So. Also. Wir sollten mit der Fabrik weitermachen. Die Leichentücher bringen eine Menge Geld. So viel Beute und wir sitzen nur rum. Das passt nicht zu den Mutmachern. So. Jetzt haltet euch mal auf. Dann werde ich einen... ... jeweils einen von euch an einem bestimmten Örtchen ausschalten. Toll. Wenn du direkt unter mir bist, treffe ich dich nicht. Deswegen geh ruhig noch ein paar... ... noch einen Schritt. Geh noch einen Schritt. Geh noch einen Schritt. Bleib stehen. So. Zwei Betäubungspfeile habe ich ja für euch extra aufgespart. Das ist das Manipulationsding. Das ist das Stromding. Ich glaube, wir müssten das fast tatsächlich anders weitig machen. Und ich mache das aber mal lieber mit einer Zeitverlangsamung. Schnell! Wow. Glück gehabt. Das hätte uns fast nochmal getötet. Einmal wäre dann doch zu viel. Anweisungen zum Blitzpfeiler. Evans sei vorsichtig mit dieser Vorrichtung. Sie ist sehr empfindlich und kann nur von geschulten Kräften bedient werden. Außerdem ist sie tödlich. Und wenn man sie nicht an den genauen Ablauf hält, ist man innerhalb eines Wimpernschlags vergangenheit. Es sei viel politischer Aktionismus und Geld notwendig, um an diese neue Technologie, heranzukommen. Deshalb noch einmal meine Bitte. Gehe nicht leichtsinnig damit um. Sobald das System installiert und funktioniert, funktionstüchtig ist, wird kein einziger toter Aal über diese Schwelle treten. Die Nähfabrik wird eine uneinnehmbare Festung sein. Melde jegliche technische Probleme bei mir. Pfleger Trimble. Hoffentlich können wir mit dem Typen reden. Brauchen wir allerdings trotzdem den Schlüssel. Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Ausdruck aus seinem Buch. Ja. Eines der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen. Sie verwenden einen magnetischen Flansch für die Tanks mit raffiniertem Wahlöl, das sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter und sogar ein niedriges Mitglied der Stadtwache durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichtwände genauso zu, wie auf die energiegetriebenen Kutschen, die von denen benutzt werden, die reich genug sind, um sie sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklungen ist die Unbeständigkeit des Tanks selbst. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen sie explodierten, wodurch Menschen und Material zu Schaden kamen. Jetzt haben wir das Ding zwar ausgeschaltet, aber wir brauchen noch einen scheiß Schlüssel. Hat den niemand? Yes, der hat den Schlüssel. Deswegen kommt es schon. Wir wollen natürlich niemanden umbringen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt angestimmt kommen, nur weil wir die Lichtwand, äh, den Blitzpfeiler ausgestaltet haben. Ein Passwortsystem. Die Hutmacher sind richtig organisiert. Verdammt. Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwie... ...haben ein geheimes Passwort. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen, wenn wir nicht das Passwort kennen. Oder... Ich hoffe, wir müssen es nicht irgendwo hören, sondern können es auch vielleicht irgendwo lesen. Das ist ja natürlich praktisch. Da ist noch einer. Von den... ...lustigen... ...Leuten. Die sich gegenseitig wieder mal abballern. Wie man hier sieht. Ich gehe mal kurz hier hoch. Wow, hör mal auf, rumzuballern. Irgendwie. Und speichern mal kurz, damit wir das nicht zehnmal machen müssen. Deswegen, kurzen Moment, bitte. So. Was machen wir denn jetzt? Was tun wir als nächstes? Wir können ja scheinbar da nicht hin. Es sei denn, wir haben das Passwort. Ich glaube, aber wir haben das Passwort nicht. Deswegen. Ich würde es nochmal ausprobieren, ob wir hinkommen oder nicht. Das Passwort. Ich hab's vergessen. Netter Versuch, Flussratte. Hau ab. Immerhin. Immerhin. Wurden wir nicht direkt umgebracht. Hat auch was. Na komm schon. Hä, man ist... Zielen, zielen, zielen. So. Das andere Flussufer. Da kommen wir auch hin. Auf jeden Fall. Können wir dieses Passwortscheißzeug da nicht umgehen, irgendwie? Die über Leichen rum einfach, ne? Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Na komm. Dreh dich mal um. Okay. Warum musst du denn nochmal auf die Leiche schießen? Ich hoffe wirklich nicht, dass das uns angerechnet wird. Wenn es das wird, dann werde ich nochmal die ganze... ... ... ... ... So, wir sind nicht so nachlässig. Wir bringen die Leute hier noch in Sicherheit. Achso. Jetzt verstehe ich das. Wir können natürlich da nicht hochspringen, wenn wir einen von den... ...leuten hier auf dem Arm haben. Aber wer hier auf wen schießt, das wüsste ich auch gerne. So, komm hier hoch. Nimm diese... ...nein, nimm sie halt nicht. Nimm nicht diese Bolzen. Jetzt schauen wir uns mal kurz hier unten um. Und dann gehen wir auf die nächste Seite, holen uns die... ...mist. Naja, passt schon. Ich glaube, hier wird uns keiner... ...vermuten. Deswegen können wir hier immer noch ganz gut... ...looten. Hallo? Mal auf... ...mal aufeinander zu schießen. Kommen die aus den... ...kommen die mal aus irgendwelchen Löchern... Hallo, Jerome? Kommt die eigentlich immer aus irgendwelchen Löchern raus? Oder was ist da los? Den Typ müssten wir ja auch ausgeschaltet haben. Warum bin ich gesund? Warum beklagst du dich darüber? Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Aber gut, sieh dran. Wer ist dieser Fuss? Komm mal, jemand! Alter, Mann, no! Das war's. Jetzt verblute! Ich mag nicht. Oh, wir sehen uns gleich. Ich lad noch mal bis zu der Stelle. Das ist doch dämlich. So, diesmal belauschen wir auch... ...wirklich nur... ...dieses Gespräch. Hm. Wie meistern wir das, ohne dass sie alle vom Dach runterfallen? Erstmal, glaub ich, nehm ich das. Vielleicht mach ich das mit einer Zeitverlangsamung. Verlangsamung, mein ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, ja, Rothwells Schlachthaus ist der Stelle gelegt. Aber ich hab da in den Gegend gehört. An dem Tag, als Rothwell verschwunden ist, hat ein Schiff nach Samara abgelegt. Er war bestimmt an Bord. Was will er denn in Samara? Wer weiß. Jedenfalls wurde er in Dunwall nicht gefunden. Und ein Typ wie der verschwindet nicht so leicht. Ist bestimmt in den Fleischwolf gefallen. Jetzt ist er Dosenfleisch. Keine Ahnung, wo der andere Typ war. Hier oben. Sieht nicht aus wie so einer von den toten Fischenwahlen, was auch immer. Apfelwein nehmen wir mal mit. Die haben sich hier oben so ein Verstecklager, was auch immer, gemacht. Es ist immer lustig, wenn man dies total, aber er ist lebendig. Ein lebendiger total. So. Beschwerden einer Wache der toten Adel. Das lesen wir noch. Dieser Posten ist schrecklich. Ich habe mir beim Hackklettern, Hochklettern fast das Genick gebrochen. Und den ganzen Tag über haben mich die Hutmacher als Zielschabe benutzt, wie auf dem Jahrmarkt. Heute Morgen habe ich eine Frau auf dem Glastach auf der anderen Seite des Kanals beobachtet. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, sie hat mich direkt angeblickt. Wie ist sie dort hochgekommen? Stellen die Hutmacher seit Neuestem auch Frauen ein? Wie auch immer. Sie hat dort oben etwas zurückgelassen. Von hier aus kann ich es nicht erkennen. Aber wenn es dunkel wird, kletter ich dort drüben mal hoch und sehe nach. Muss mich aber vor dem Blitzpfeiler in Acht nehmen, den sie dort unten aufgestellt haben. Wenn sie über so eine Ausrüstung verfügen, sind wir ihnen hoffnungslos unterlegen. Ich wünsche Lizzie wäre wieder da. Sie würde uns aus diesem Schlamassel ziehen. Ja, Lizzie ist da. Aber ihr habt sie da leider verraten, ihr Idioten. Oh, die Geschichte von Rapers, what? Und ich würde sagen, die Geschichte von Rapers, what? Das nehmen wir dann gleich mal als Einstieg für die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.